Aber seitdem Tolkien die Botlane verlassen hat, ging's bergab mit ihm. Oh Gott. Du musst nicht chillen spielen, oder? Okay, halt, stopp. Wir müssen swappen, Johnny. Halt, stopp, das macht jetzt keinen Sinn. Ich spiele auch nicht mit drei Toplane-Mains, damit ich dann dreimal Top spiele. Nein, 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 wir swappen jetzt. Wir swappen, okay. Ja, ihr beide swappen, das ist, denke ich, einsehbar. So, ihr müsst jetzt sagen, ob ihr einen Nocturne wollt oder den besten Java in Europa. Vielleicht, ihr habt die Wahl. Zwischen Pyke oder Bart. Oder es gibt irgendeinen cooleren Supporter, den ich gerade nicht denke. Haben sie schon mal von Tarik gehört? Ich glaube, es ist immer schön, wenn du auch Agurin ein bisschen zeigst. Aber Pyke oder Bart ist halt so der Klassik-Fall, für den Autofilten-Support. Aber ich liebe ihn. Es gibt so viele Supports. Ich mach mal, wenn du das kennst. Also entweder Bart oder Pyke oder was anderes Gutes, an was ich gerade gar nicht denke. Aber mir fällt nichts anderes Cooles ein. Das ist Peak-Gameplay hier. Also hier ist nichts anderes Cooles dabei, an was ich nicht denke, oder? Aber ist das so ein Ding da? Ich hab gar nicht so viele Champions auf dem Account. Ich habe nicht mal Bart auf dem Account. Ich hab keinen Bart. Die Auswahl ist fake. Entschuldigung, was? Ich besitze keinen Bart. Okay, wir müssen noch eine nächste Regel festlegen, für das nächste Game. Wir bannen bitte den Drachen und diesen Huawei da. Huawei. Ich weiß nicht, was ihr tut. Das weiß ich aber auch nicht. Da ging ein bisschen zu lane, ne? Bei dem Drachen zum Beispiel. Wusstet jetzt irgendjemand, was er macht, außer diesem Feuerball? Ja. Ja. Okay, was hat er noch gemacht? Also er kann über Wände rüberfliegen. Seine Ult ist, er ruft seine Mutter herbei. Die macht so eine fette Ult slow und heilt ihn. Und seine Q ist ein Execute bei 225 Stacks. Macht True Damage und so. Muss hochstecken. Gut. Also Gin-Auto-Take. Also ihr könnt jetzt einen Kessante von mir haben. Oder nicht. Ja. Ich möchte einen Kessante von dir haben, Brücke. Ich würde mich sehr drüber freuen. Jetzt würde ich mich auch bei dem Kessante sehen. Gehst du mit Top oder Mitte? Ich gehe Top. Okay, okay. Dann mache ich 80. Dann kann Johnny, bitte. Ja, dann bieg mal vor mir, bitte. Okay. Warte mal, willst du Yumi spielen? Also ich habe Wäsche in der Maschine, ne? Ja, da kannst du mir ja auch was zu helfen bringen. Oh mein Gott. Ja, ich könnte noch mal bei mir. Mache ich Conqueror oder mache ich das andere da? Dieses Grasp? Äh, du spielst bitte Grasp, ja. Okay. Oder sogar Aftershock ist gut, wenn das Karma Topland wird. Aftershock? Aber es ist ja Jorick Topland, meine ich trolle. Okay, wir spielen, okay. Leon, hast du schon mal von Goomayusi gehört? Was? Okay. Weißt du, mit wem der familiäre Bänder hat? Das wird dich überraschen. Wir spielen jetzt Keria, Goomayusi, Ash, Catern, ja? Machen wir. Okay. Ich vertraue dir. Okay, aber ist der Klein kaputt? Oder warum finde ich Mayfight nicht unter dem Midlaner? Däum, wir spielen nicht mehr. Let's go. Das ist aber eine geile Komb, oder? Wir haben richtig viel auf die Fresse. Unser Epi-Schaden ist bei allen Dingen sehr steinlastig. Sehr steinig. Sehr steinig. Ich frage mich, ob du es schaffst, Kindred zu töten, bevor sie ultet. Das würde mich sehr glücklich machen. Ja, was spielt man hier? Vorschläge? Irgendwann, was bist du denn hier? Ich bin Mitte. Dann spielen wir mal deine Morgana, würde ich gerne mal wieder sehen. Oder, keine Ahnung, dein Wladimir, hast du jeweils Wladimir? Nee, eigentlich Anivia, komm. Also einmal Anivia musst du zeigen. Anivia ist auch cool. Anivia? Anivia, Wladimir, Morgana. Vor allen Dingen, ich mach den, also du machst die Ult in meinen Java einen Scheiß. Ja, aber du hast gesagt, du spielst nur ein Bot-Line. Naja, Mitte und Bot ist ja das gleiche. Ist ja schon sehr nah beieinander. Okay, okay, okay. Also, wir spielen halt die Zange normalerweise, aber Karma S wird es eigentlich stärker als wir. Also, vielleicht haben wir auch keine so gute Doing-Condition. Hast du Hell of Blades oder Liefel-Tempo genommen? Liefel. Okay, 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 okay. Nee, warte. Okay, Maxim, ich vertraue mich, ne? Lass mich ein bisschen kochen. Nochmal, was wolltest du sagen, Johnny? Ich vertraue dir. Wie, du vertraust mir? Du wolltest es real. Dass ich dich ganke? Ja, ja. Ja, mach ich auch. Jetzt vertraue ich dir irgendwie nicht mehr. Wieso? Komm. Ich stotte jetzt sogar Red Buff, okay? Ich bin mal richtig nett. Nee, Red Buff into Mitte Level 2? Ja. Geil. Wait, das ist Karma mit jeder Pop-Botland. Warte, Mitte Level 3? Schaffen wir das? Tolkien, was kannst du mir erzählen über Top-Land? Ähm, ja, also, er kann dich einsperren, was lästig ist. Du kannst aber trotzdem raustauschen, wenn du auf Minions jumpst. Und ansonsten dodge seine E und du gewinnst. Er wird Lathalty spielen, das heißt, er ist sehr, 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 sehr stark. Ein Stopp. Auf zweites. Okay. Die hat aber die Regel nicht gehört, ich spiele zweimal gegen Karma, das geht nicht. Okay, wir swappen. Wait, was? Da komme ich aber nie wieder zu Geo-Joy. Okay, Leon, 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 du spielst den, warte, also, wenn wir die Länge gleich beginnen, dann spielst du den Busch an und ich die Wand, okay? Und dann von beiden Seiten innen wir die und du darfst nicht zu sehr von Minions gettet werden, dann gewinnen wir das. Okay, okay, okay. Ich vertraue dir so hart. Du kannst S-Rex-Dodge, du warst bei Diamond, ne? Oder so? Ja, ja. Ja, ja. Ich war ein Riven OTP. Du bist überzeugt von GKK. Das war mal Diamond Jim. Ist Iceborne gut hier? Ja, ja, Iceborne ist sehr gut. Iceborne ist sehr gut. Ist Karma Mitte jetzt, warte mal. Ja, ist Karma Mitte. Ja, ist Karma Mitte, genau. Ist gut für uns sogar. Ja, sollte besser sein. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet ist. Also, darf ich aber zwei Camps machen? Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, warum. Guck mal hier. Soll ich jetzt sofort Level 2 machen? Ja, ja, Level 2, Mitte rein. Okay. Aber dann, na gut. Kannst du mal den zweiten Busch laufen? Vertrau dir, dass du das... Nee, drinnen sind, gewinnen wir. Okay. Schaffst. Ja, ja, ich schaff das. Versuch immer nicht, im Busch zu autotacken. Also, nur Champions, nicht Minions, ja. Ist schon deine EQ-Kombo, nicht meine, ne? Die Zange. Aber klar, hast du mich das schon, oder? Ja, na klar, die Zange. Okay. Die Zange. Wie lange dauert denn so ein Red Buff? Any of the Sun ready? Ich bin allein. I'm coming. Ich helfe dir ein bisschen, was ich habe gesehen. Guck mal, wo sie steht. Wie steht denn sonst? Die flasht jetzt, ne? Ja, ja. Ah, das war's nicht. Wir können die traden. Oh, stark. Stark. Und jetzt Flash. Stark! Let's go! Du bist ein Ei. Ich nehm die Minions. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Zweimal gleich. Hast du meinen Q gesehen? Der war übelgut. Der war scheiße. Also, das zweite war gut. Aber das erste war wirklich scheiße. Das war wirklich ganz schrecklich. Jetzt verliere ich gegen die Raptoren. Das ist schlimm. Wir sehen, Kindl, die pufft hoch. Oben ist wirklich giga low. Also, hier ist wirklich Kazala. Also, sie kannst du... Ich komm direkt. Soll ich direkt kommen? Ja, komm direkt. Nochmal Level 2. Double kill, top lane. Ich bin da. Es geht, es geht, es geht, es geht. Weiter, weiter, weiter. Hier, mich, hier, mich, hier, mich. Stark. So. Wie los, Turgi? Da zwei, da zwei. Und jetzt Knockback. Prima. Wenn du die Wave reinkriegst, das ist das Wichtigste. Du hast dich vielleicht weggezogen. Ja, ja. Du hast dich vielleicht ein bisschen früh gezeigt, würde ich sagen. So, ich bin hier rein. Ja, ich hab nichts mehr. Okay. Ich nehm gleich das Cannon. Ich hab ein Smite. Nee, bitte durch. Okay. Bitte durch. Was? Ja, wir würden auch verlieren wegen den Vasallen. Well done. Scheinlich, ja. Ich bleib mal oder soll ich resetten? Resetten ist sehr gut. Resetten ist sehr gut. Okay. Ich will nur sagen, dass der gegnerische Jungler jetzt neun Krabben gemacht hat. Die sind nicht mal gespawnt, Maxim. Nicht mal die Erste gespawnt. Trotzdem sehr, sehr stark. Er macht mich! Ich will mich hier cancel nochmal. Ja, du kannst dich fighten, wenn du möchtest. Ich bin da. Wir sind stärker. Okay. Das war sehr gut gemacht von ihm. Das ist bestimmt ein Diamond-Spieler. Kriegen so auf die Phrasen hier. Stark. Ja, und du bist ja eine geborene Ash. Was für ein Ribbon-Wand-Drink. Äh, Kälte mal nicht. Nicht Ash. Wir müssen die Wave rauspushen, damit du Baisen nicht darfst. Oh, ich bin so raus, leider. Was für eine Kack-Lane. Nice. So. Johnny, wie fühlst du dich, dass Kid mit mich jetzt invaden konnte? Äh, Maxim, ich würde mit dir die Krabben machen. Ja, das ist kein Problem. Dafür habe ich ja mit Line weitergewonnen. So, du kid. Ich soll die Krabben machen? Ich wollte mich stärker gegen die Krabben. Mach deine Waffe, ich helfe dir danach. Also, ich bin schon da. Es ist keiner wichtig, dass wir die kriegen, bevor er auch die Annie da ist. Ah, die ist markiert, ja, jetzt sehe ich das erst, sorry. Die Match, du hast vor zehn Jahren nicht entschieden, diese Lane hier zu spielen. Yo. Herr Botlin, komm zu euch. Yep. Okay. Ach, du heiliger Festfighter. Maxim, Hilfe. Maxim, Hilfe, Kombo. Ja, du bist tot, du bist tot. Ich habe ein Kombo gemacht. Die Kombo ist schon raus. Die Kombo ist schon raus. Die Kombo ist schon raus. Ich habe gegen den Grump gefeitet. Ich habe gegen den Grump gefeitet. Der jetzt auch weg ist, by the way. Ich drehe hier komplett durch. Die ist Level fünf. Vier, oder? Ich bin zu tot. Was ist das denn? Kannst du winnen? Maxim ist da. Er hat Kombo ready. Ja. Nice. Hast du, hast du. Ich kann machen, mach mal auf. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Fight, 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 fight. Maxim, ich bin da super schlecht. Ja, aber die Wand. Die Wand kann mir gar nichts. Das ist Johnny's Wall. Oh. Stark. Ich habe keinen Assist. Hä? Warte mal, das geht doch nicht. Die Wall macht doch einen Damage oder nicht. Die macht doch einen Damage. Ja. Mein Bloo ist weg. Ich bin immer noch drei mit neun Teals. Die hatte Shale drauf in dem Moment, glaube ich. Oh. Und ich habe mehr Kills als Level. Das geht doch gar nicht. Boah. Hast du geschafft bekommen, kein Stress. Okay, tun wir. Boah. Ja, dann kannst du direkt basen jetzt hier. Direkt der Pad raus. Maxim ist, ist das terrible alles. Okay. Ach so. Ich brauche dich. Warte mal, was? Ja, ich wurde solo-kid. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Ich bin nur der Sazlein, finde die Edge. Nein. Alles gut. Ich glaube, ich habe kein gutes Item. Ich komme, bitte. Du willst, dass ich es gank oder was? Sie ist Level 6, Johnny. Ich bin Level 4 geworden. Wann bist du Level 6, Johnny? Ich bin da. Ich bin Level 6. Ich kann ein bisschen stankern, wenn du noch Ward hast. Ja, ja. Let's go. Ja, sehr gut. Ich kann dieses Spiel sehr gut. Das war eines rein. Boah. Ist der Mainz noch mal, Johnny? Das ist ein disgusting Arschschämt, Karma, ne? Ist wirklich, ja. Ist lästig. Definitiv. Die Kinder könnte Void-Grabbies machen. Vorsicht, Brücketon. Ich gebe dir meinen Hockshot nach oben. Aber wir sehen sie. Ja. Vielen Dank. Die geht schon wieder zu meinen Krux. Ja, ja. Musst du Minanz zeigen. Brücke. Nee, die ist hier. Die ist hier. Das ist eine Lüge. Die honor ich. Nice. Mein Leon. Okay, Leute. Vorsicht, Vorsicht. Der jungler Freeze. Das ist illegal. Scheiße, das ist ein Item-Build. Okay, aber Zucki, real talk. Ist der Matchup schlecht oder bin ich schlecht? Das Matchup ist nicht gut für dich eigentlich. Also nicht schlecht für dich. Du musst nur seine E-Side-Steppen early, ne? Ja, I did, I do. Aber es ist halt scheißegal. I did, I do. Aber ich kann dich gegentraden, oder? Also, wenn ich ihn sofort auf den T-Shirt drücke. Das sieht so fucking an Playboy. I did, I do. Bruder, du bist zwei gegen eins da rum. Scheiße. Nee, Johnny, ich könnte was probieren, aber ich habe immer noch keine Volt. Ja, aber guck dir das mal an. Guck mal, wie frech die ist. Das ist wirklich frech. Ich laufe jetzt einfach drauf, okay? Ja. Hast du dein Ei wieder? Ich hoffe, eure Seite. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ja. Fight it weiter, fight it weiter. Du bist doch mächtiger Jungler. Fight, 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 fight. Fight, fight, fight. Ich warte jetzt auf mein EQ. EQ ist gleich da. Okay, die sind raus. Was heißt denn gleich? Vertraust du mir? Ja, ja, ja. Schaffst du das? Schaffst du das? Ja. Nee, ich trau mich nicht. Boah. Ich bin tot. Johnny, ich will auch in der Volt. Soll ich dir mal zeigen, wie man so eine Flash-Sache macht? Nein, Alter. Nein, ich habe eine Sist wegen dem E. Oh mein Gott, das ist auch ein Mist. 500 Gold. Das ist gut, das ist gut. Oh, komm, bitte darf mich. So. Oh. Bröki. Aus der Hilfe. Schön auf Lech. Ich rechte dich. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin auch noch. Der weiß nicht, dass ich da bin. Der weiß nicht, dass ich da bin. Der weiß nicht, dass ich da bin. Es ist ich rechte dich. Ja, klar. Rück mich ab. Da bin ich. Sie ist raus, ist gut. Wann bist du sechs? Ich habe gleich Level sechs. Jetzt. Okay, warte. Johnny, Johnny, Johnny. Johnny. Johnny, er ist schneller, als ich es schon mache. Ich hatte auch Barriers. Können wir maybe spielen? Wenn du die Wave killst, bin ich fast Level sechs. Stark. Ich kann es Level sechs. Du kannst das hippen. Nein, Leon, deine Mechanics. Nee, da war eine volle Kamera. Stark. Ja, ja, nee, aber du kannst den. Ich weiß, dass ich hippen kann, aber ich habe EQ gewartet. Ja, okay. Das scheint ja so ein bisschen dein Lebensmotto zu sein. Ja, das ist doch nicht so. Die machen die Dinger dann. Ich geh mal da bis hier, ne? Oh, der hat irgendwie deinen Jungle ge-deepboardet, die Kamer. Oh, darfst du das? Warte, ich holte sie? Nee, ich holte sie nicht. Das ist crazy. Würde ich mir nicht gefallen lassen und sofort ganken. Mach ich. Alter, wir haben boarded in Kingdom. Ist das krass. 150 Gold. Ich habe Ult ready. Johnny, wie viel Schaden hast du? Ach, warum habe ich denn jetzt das gebaut? Ich habe Schaden um die 100-Zier-Ultz. Wo sind die Wards? Weiß ich nicht. Aber guck mal hier. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin fast da. Arrow, Arrow, Arrow. Ich habe bei. Oh, schade. Die hat keine Ult. Ah, das war ein Minion. Okay. Keine Ult? Das ist mein Signal. War ein Guess, aber ist okay. War ein Guess. Das ist ein guter Guess. Das hast du ruhig häufiger gegessen. Aber es sah auch schon so aus, weil sie sich so feige benommen hat. Diese ganze Jahre Folterung mit Vaxim zahlen sich endlich aus. Ist doch gut. Okay. Die Synergy. So, da war ein bisschen Burst da, meint ihr? Nicht gut. Wir wollen gegen ihn, es da gibt. Maxi, kannst du die Wave aufgabeln? Aufgobbeln? Ich gabel. Was mit unserer Guma-Yuzi-Pop-Lean? Guma hat extrem viele Platten genommen und er auch gesmurft, aber jetzt, das war ein bisschen rough gerade. Schaffe ich dich zu töten? Also, wenn du euch hast. Hilfe! Ich hab keine Ult. Ja, 1-2-1. Aber zählt als tot, ne? Ja, zählt als tot. Kein Problem. Der Shutdown tut mir ein bisschen leid, aber... Ach, wir haben beide gleichzeitig den Shutdown abgegeben. Ich mach dir, ich kill den 1-1. Der Kirlik kommt nicht wahrscheinlich da, ich komm mal dazu, ne? Aber ich bin ein bisschen später. Hallo, Mann. Ich mach's doch einfach Volt-Grabbies. Ich mach's doch einfach Volt-Grabbies. Ja, die Grubbies werdet ihr von mir nicht sehen. Das ist kein Problem, ich will den Grubby auch gar nicht sehen. Ja, 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 ja. Mit Missing? Mit Re? Ich hab in 10 Sekunden Ult. So, wir fighten ja dann Wapporti, oder? Ja, ja, ist free, dann. Ist free. Oh, guck mal. Der hat Ult, ja. Ah, warum sollst du denn? Achtung. Achso, sorry. Mein Coal ging nicht raus. Ja, ich bin da, ich bin da. Punish sie. Stark. Ich sie ist eingesperrt. Was war das für ein Q? Ey, das ist nicht so einfach. Ey, war das die Ult? Die ist tot. Jody, der innere Power-Spike in mir. Okay. Ich hab sie, ich hab sie. Hier, okay. Ja, das war schlimm. Aber es ist irgendwie auch witzig. Eigentlich tut mir alles weh. Ja, sorry, aber wir müssen ein bisschen lohn hier. Kannst du share? Hab ich schon. Äh, vorhin mit den Cannon. Ja, ja, ja. Jetzt hab ich erst verstanden. So. Maxim, reganken wir den Typen Top-Play nochmal? Klar, aber ich hab keine Ult. Der auch nicht. Hier extra irgendein Vokabel benutzt, damit Maxim kommt. Ja, ich hätt schon Bock. Ich hätt schon nicht. Ich hätt schon ungeroll Bock. Ich glaub, wir sterben beide. Aber komm, trotzdem. Warte, der ist voller HP. Ja, aber ich nicht. Der hat kein Ult, der hier, der Dude. Aber ganz ehrlich, diese Midlane-Turret-Range, ne? Ich raff sie gar nicht. Diese Division-Range, die ist so wild. Äh, der ist aber schnell. Also wenn ich zur Blas komme, ich bin, ich lauf ihm gegen, by the way. Hallo? Ja. Oh, oh, oh. Willkommen. Ich werd hier rausgechased. Ich komme, ich komme. Hat der Flash? Na, hat er nicht. Er spielt keinen Flash. Er spielt keinen Flash. Kammer hier. Seht ihr euch gleich. Nice. Boah. Mit der rechten Teiler. Kammer hat Ende durch. Wir sollten es fighten, oder nicht? Ja, ja, sollten wir. Starkes Ding. Jetzt vier Mann Tibbers. Jetzt vier Mann Tibbers. Ich hab noch Ult, ich hab noch Ult, ich hab noch Ult. Ich dive nicht, oder? Doch, 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 dive. 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 Go, go, go. 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 Ja, das ist, das ist jetzt mein Moment. Okay. War gut. Flash, komm. Brücki ist. Brücki ist immer noch low von vorhin. Okay, wir hitten jetzt den Tor. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich gesnipet werde. Der Astray, der Astray. Ja, keiner Damage außer dir her. Er hat ge-eht. Watt, womit? Mit W. Ich hab noch, wer? Sehr strong. Aber warum hat der W connected? Also, der muss doch auslösen. Oh. Oh. Er hat dich einfach lang angeguckt. Leute, ich bin ja gerade nicht in den Momenten. Ja, wir sind auch in den Momenten. Ja, sorry. Geh ich jetzt sterben, oder was? Was heißt das? Ja, also. Red Office ist ein Team, Watt. Gibt es jemals eine Welt, in der ich nicht Blutthorn gehe, oder gehe ich immer Blutthorn, 100%? Geh immer Blutthorn. Nicht mal über den Schlitten? Einfach nur vor Fun? Du kannst doch den Schlitten fahren, wenn du willst. Du bist ja auch Australia-Hotter. Stimmt. Boah, starker E. Ich hab mich da einfach alleine gelassen. Aber ich hab gleich Arrow-Mitte, warte. Ich holte mal so ungefähr hierher. Ich hab ja kein Mana mehr, leider. Ich bin hinter dir. Wie soll die Andy 20 CS? Da hab ich ne Frage. Hier, hier, hier. Look, look, look. Andy Lucas? Wir are looking, wir are looking. Boah, der stand war ja ein Monat. Oh, ich geh Base. Ah, schade. Boah, Morgon. Ja, ist einfach mit Tom nehmen. Wenn die beiden Base gehen auch. Hast du deinen, oder? Weil der nur noch 10 AP. Jo, jo. Wenn Kilo nicht kommt. Kann man mal schauen? Wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Kamer, ist Bottom. Was mach ich jetzt eigentlich ohne Gourd-Drinker bei Java? Ey, hast du Bock auf Bottom, Maxim? Ja, ich hab alles ready. Außer E. Perfekt. No. I'm moving, I'm moving, I'm moving. Ja. Äh, drei Top, drei Top. Der Amelion wird gechained. Boah, sind das Fotzen. Der geht nicht ein. Boah, nein. Hier ist auch noch Kindertore. Entschuldigung. Nice. Eine Fresse. Lass direkt machen, Maxim, Marco. Jetzt, wenn ich meinen vollen Namen genannt werde, ich bin nicht gegangen. Nein. Hast du, wenn ich beide kein Flash mehr? Ach, scheiße. Sorry. Ich dachte ja, oh, egal. Ich brauch den nachmitteln, Herr Markov. Weil die werden das zum Nehmen. Ich bin da. So. Oh ja, die panischen wir den. Also das darf er nicht. Ja, das mit dem Raker, der niemals gehört. Der ist wirklich dumm. Also, ja, KS. Der hat kein Flash. Yorick? Danke fürs Defendung. War vielleicht? Soll ich noch eine Wave halten? Nein, nein. Das kann ich doch nicht machen. Ich muss die ganze Kindert, meine Camps, nicht klauen lassen. Ja, aber das macht der Yorick schon. Das ist ja genial. So, ich bin da. Ich bin da. Du kannst fighten bis zum Mond. Härter. Länger. Krasser. Und dann, wenn er denkt, er entkommt. Bam. So nämlich. Maxim ist ja so gefeeded. Well played. Ich bin einfach dick. Guck ich an. I. Du wurdest besamt. Disgusting. So. Ich helfe dir mal. Schau nicht, deinen Farm. Ja, ich werde die ganze Zeit nur abgefarmt. Was soll ich dir sagen? Alter, man darf hier nicht Tab drücken. Ist dir egal. Hast du was? Nee, Ultrasen. Ich hab fast alles. Wo ist überhaupt Kindert? Die ganze Zeit. Bist du fein, Leo? Du bist fein, ne? Du bist fein. Ich bin fein. Ich gehe rein. Guck mal auf Andy hier. Andy ist interessanter. Ja. Haben wir einen Arrow? Ja, hab ich, hab ich. Hab ich. Der hat wirklich jeden Fehler gemacht. Also wirklich jeden. Gutes Powerplay. Das war, dass die dritte Standarte in den Kehl gelastet hat. Not even. Das ist krass. Guck mal her. Ich weiß nicht, wo Kindert ist. Die A ist schon richtig. Ja, können wir. Aha. Ich hab mir nur gesagt, wir können den Turm nehmen. Nicht viel überlegt. Ah, okay, okay. Ist dein korrekter Call? Oh, Flash. Ach, schleicht der Flash von mir. Wieso macht sie keinen Schaden? Ne, trotzdem tot. Ah, wieso macht sie Schaden? Ich dachte, irgendwie, ich wär tanky, aber ich hab ein Level 9 Barrier. Was close. Okay. Willst du rein, Maxim? Also ein bisschen Bock hätte ich, aber ich glaube, die müssen ja in mich rein. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. So, warte, die Karma. Das schaffen wir. Trap. Super, super Trick. Oh. Nee, auf sie. Auf die komische da. Prima. Und jetzt rette ich. Okay. Ich bin tot. Ja, das ist komisch. Das ist doch noch ein Standard für. Hm, ja. Ja. Aber ich hab dann nochmal Tab gedrückt und der Ezreal. Oh, die fahren nochmal. Ich hab ein Arrow gleich Johnny hier, ne? Ja, ja, ja. Wie sieht man gerade aus? Er fährt Topline, Brücki. Du bist der Gegend, Brücki. Du bist der Gegend, Brücki. Oh, die Idiots. Alter, wie sie... Mit dem Curven ist so hart gerettet. Das war richtig gut gemacht von der. Holy shit. Objektiv, oder? Ja. Ich hab's doch... Ich hab's doch... Bitch geht noch. Aber wir nutzen hier keine deutschen Schimpfwörter. Jetzt darfst du eins sagen. Aber ein... Okay ist... Kommt ihr zu mir, glaubt? Die Mitländer, oder was passiert? Ich darf nicht von ihr getötet werden. Aua. Hilfe! Bam! Hiel mich! Scheiße. Hast du den? Avenge me. Max, geh doch nicht hin. Du gibst dir nur Leben. Du gibst dir nur Leben. Ich hab nicht raus. Nice. Ah, ich wollte den noch keißen. Ah, die Kamera. Ich wollte den noch keißen. Glaub ich dir. Ist die noch da? Nee, oder? Im Busch. Im Busch. Safe. Ha! Du bist klug. Wir verlieren die Mitte, übrigens. Ja, der ist schon weg. Ah, das ist mehr Farm für uns. Ist actually true. Ist actually true. Ich werde dir noch einmal kenten essen mit Ult, glaube ich. Wenn er weggeht. Ja. Leider keinen TP für dich, Johnny. Stimmt hier im Red. Maxime, da kannst du Escriter töten. Am Red. Der macht deinen Red gerade. Das Wort töten ist genau mein Game. Der macht deinen Buff gerade. Nein, der macht den nicht. Der ist der Bot-Sack gelaufen. Der ist der Bot-Sack gelaufen. Na gut. Aber... Dann mache ich jetzt meinen Buff. Vielleicht kein V-In-Kind, Leon. Okay, okay. Ich bin bei dir. Der Blue Buff gemacht hat, aber ich glaube, er ist schon raus. Wann habe ich 1200 Schaden mit Smite? Wenn du dir an den letzten Stacks aufgebracht hast. Du hast noch fünf Stück. Oh, wer die? Ja, ja, ja. Ist nicht schlecht. Können wir spielen? Was ist denn in der Trap drunter? Oh! Ey. Ich bin gleich da. Sehr gut. Die Stadt dort. Die Tüte, ey. Ey, das ist verrückt. Ja, ja, ja. Das ist einfach... Das ist einfach genial. Ich habe doch die Ramptorenzellen. Ich will eigentlich nichts machen, glaube ich. Äh... Ich komme aber Mitte. Ich glaube, dann können wir spielen. Ja, ja, ja. Ich habe Ult in 30. Habt ihr Power Spike? Das war wahrscheinlich einfach nur für Arrowcatches spielen. Wahrscheinlich. Oh, Brötketon. Oh, ja. Ah, ich bin so fucked. Es ist so lang. Es ist so... Ich hasse Top Black. Können wir... Können wir... Schlimm. Das ist wirklich schlimm. Nur nach so kurzer Zeit schon so gebrochen. Finde ich geil. Man muss die Insel halt einfach spüren. Oh, okay. Wir gehen rein. Okay. Alter. Huh. Oh, der ist dann. Oh, ja. Gut, das ist dann hier. Der noch holt. Der noch holt. Ja, geil. Ich habe Ult in 50 Sekunden. Dann können wir Re-Engage spielen. Wir müssen range. 3 Sekunden. Oben ist Yorick am Puschen, ne? Dann kann ich wirklich visionen hier. Warte. Ich habe rein Ward. Ja, war mal blind. Ah. War besser, war besser, war besser. Andy hat wieder Flash. Nee, hat sie nicht, hat sie nicht sehr gerade geflasht. Oh, schade. Der hat Leon gekillt mit Flash gerade eben. Bester Jarvan. Danke, Leute. Können wir hier vision? Ja, ja, der S3, maybe? Na, da geht nicht der Barrier. Yorick ist hinter mir, hallo. Hallo. Ich bin sofort tot. Same. Versuchen wir die Wave zu nehmen, damit wir das Game noch nicht verlieren, aber... Wir sind einfach der Mitte gestorben, der Lane. So richtig Bronzes sind wir gerade da gestorben. Ich war tot, Maxime. Brücki, du musst die Wave halten. Brücki, die sind noch gerade nicht da. Du musst die Wave halten. Sein Ziel ist, das Game noch zu gewinnen. Johnny hat auch gerade die Wave gehalten. Hold me. Ich habe es probiert, aber... Zehn Sekunden bis zu mir. Ich bin sehr nützlich für Wave Clear. Okay, also wer backdoort jetzt dieses Game? Ja, that's about that. Oh, das ist ein Tibbers. Jetzt gehen wir erst Bounties. Nächste ist gleich tot, World Games. Sechs Sekunden sind wir da. Aber Bounties sind gleich da. Ich mache deinen Technik schon mal an. Ja, ja, ja. Guter Arrow, guter Arrow. Geht da rein, ja. Squishy Targets first. Not bad, not bad. Keep chasing. I chase. Keep dreaming, keep dreaming. I'm dead. Ich bin drei Sekunden ab, dann haben wir das Comeback. Ich habe full gedreamt. Oh, die Q. Oh, alle in den Spielern. Johnny, okay, Penta Kill. Penta Kill. Penta or nothing, Johnny. Ah, GG, GG, GG. Backlose. Backlose. Ah. Ja, war super. Also wir merken, auf die Top-Lane-Position muss halt auch wirklich jemand hin. Ey, da habe ich so keinen Bock drauf, ne? Ich denke, auch. Jetzt hast du es schon gemacht. Die Roll ist schon was Besonderes, oder, Bröki? Die ist schon richtig scheiße, ja. Ich gebe euch da gleich die Fiora drauf. Johnny, great shortcalling. Ja, trotzdem muss ich sagen, Maxim, wir überreichen das Game von dir. Muss man ja auch mal erinnern. Ja, wirklich, mit Scholz. Und Tolkien, unsere Bot, die war strong. Die war echt strong, war strong. Ich glaube, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Ich habe zu sehr Top-Seite gespielt für Bröki. Wer ist das schon? Ich hätte für den Red Panda spielen sollen. Excuse me. Du hast recht. Du hast recht.